Und auch Lena Meyer-Landrut hat styletechnisch viel experimentiert. Zum Beispiel als 15-Jährige mit ihrer Haarfarbe. Ich hatte dann sozusagen eine Hälfte, eine Hälfte blonden Pony. Das, gut, würde ich jetzt nicht nochmal machen. Das ist was komplett braun, das ist quasi eine... Eine blonde Strähne, ja. Man kann es sich genauso vorstellen, wie es war. Schrecklich. Also haben die Stars gestern ganz genau hingesehen. Was sind die Trends der nächsten Saison? Und offenbar kam die Mode-Zukunft sehr gut an.